Den Ortsteil Dagebüll-Hafen mit seinem touristischen Schwerpunkt haben Sie bereits kennengelernt. Nun begeben wir uns auf den Weg, um die anderen Teile der heutigen Gemeinde Dagebüll kennenzulernen. Dazu fahren wir zunächst in den Ortsteil Dagebüll-Kirche. Er liegt am südlichen Rand der ehemaligen Hallig-Dagebüll und besteht aus mehreren Höfen und einer ehemaligen Schule. Dort, wo die Kleinbahn den Deich kreuzt, befindet sich das in Südtondern bekannte Fischrestaurant to Olensluys. Nach der Eindeichung der Hallig im Jahre 1727 erfolgte 1731 auf der Kirchwarft der Bau der St. Dionysius-Kirche. Die Kirche ersetzte eine baufällig gewordene Kapelle an gleicher Stelle. In Ermangelung finanzieller Mittel wurde der Kirchturm allerdings erst in den Jahren 1905-1906 gebaut. Er nahm die aus dem Jahre 1584 stammende Glocke auf. Sie ist damit eine der ältesten Kirchenglocken in der Umgebung. Den Kirchenraum kennzeichnete ein leuchtend blaues Gestühl mit rot abgesetzten Ornamenten. In der Längsachse der Kirche finden wir zehn kleine Deckenbilder, die vom Altar her zu betrachten sind und die Leidensgeschichte Jesu darstellen. Der Barockaltar, die geschnitzte Taufe und die Kanzel stammen aus dem Erbauungsjahr der Kirche. Pastor Andreas Ewald, der Bauer der Kirche, hat sich und seine Frau Anna Margareta mit einem Spiegelmonogramm in der Kanzel verewigt. Auf der Empore befindet sich die 1866 erbaute Markusenorgel aus Appenrade. Darunter liegen die Sakristei und ein kleiner Gemeinderaum. Wenn sie anschließend ihre Reise fortsetzen, fahren sie durch den Osewolder Kug. Der Name stammt vermutlich von dem bei einer Sturmflut 1320 untergegangenen Kirchspiel Osewold, das fast an gleicher Stelle gelegen haben muss. Entstanden ist dieser Kug 1935 im Rahmen einer Landgewinnungs- bzw. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme der Nationalsozialisten. Er diente im Wesentlichen zur Begradigung der ersten Deichlinie. Wenn Sie in Fahrradtaft angekommen sind, sollten Sie den nächsten Podcast aufrufen. Bis dann!